nie gesehen kenne ich gar nicht zu meiner zeit da guckte man so sachen wie art tag oder ist das hier schon ja da ist ein karren und ein todes pferd ja so sachen wie art tag oder oder haben na ja halt sonst den üblichen comic kram cartoon kram wie gummibären bando oder duck tails oder so art tag das ist art tag oh ha oh my god don't tell me it's those are guys again how did you fools manage to lose the horses we're supposed to carry these boxes ourselves what even are these iron things and why the hells do we need them that's them lindsey whispers pointing at the bandits caught red-handed we'll show them what happens when you take someone else things without we'll teach them a lesson these iron things will get us rich blockhead it's an alchemical transmutator i've seen them in ustalav we just assemble it turn it on and it turns rocks and gold all on its own don't just stand there get in the harness it's a sort of the immortal principality of ustalav is a fog shrouded nation of countless horrors in a once proud realm that suffered under the clawed hands of the whispering timon you're sure about this then all right let's see if we can give if we can even get this wagon to move intimidate or attack i've been looking for you die bandits look it's that scumbag who took down the stag lord and no army to be seen lucky day get here everyone if we take out the baroness we can be barons ourselves trash the baroness scum bambi die wollen ja mal sehen wer hier wen trashed oh shit wie kriegen die überhaupt den ersten zug das war jetzt doch mehr damage als mir lief ist das möchte ich mal ganz ehrlich sagen ja also die zu finde ich die zuwander feier bohren machen wir ein feier bohren feier bohren es gibt nichts im leben was ein schöner feier bohren nicht die können jetzt mal hier ein bisschen schicken sein wie das deckern und so ja das sagt mir was ich habe selber nicht gespielt aber ich habe auf jeden fall schon leute davon berichten damit fing bei vielen so die die strategie leidenschaft an und ich glaube die sind dann halt später zu zu so sachen wie total war oder zu anno oder zu was anderem dann konvertiert ja der transport tycoon und siedler siedler 3 erinnere ich mich hatten wir damals das war immer schön den beim rumwuseln zu sehen machen wir mal hier easy weggeballert ok so wie weit die jetzt kommen es ist geil ist so geil age of empires jetzt gibt es auch diese diese remastered version oder von age of empires hast du dir die geholt ja doch was für dich mach mir mal hier so also down vom zweiten teil hast du die neue ist ok jetzt können wir ja loot loot this shit okay good and we get our press finally oh nothing special here nothing special okay 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 von den Mechanismen innen küsse. Die Presse, safe and sound, just needs some assembly, yay! I can't believe it. My own publishing house. I have so many ideas, so many plans. I don't know where to begin. What do you think I should print first? I have to go with the middle of the setting. Siedler and Anus. Wäre das so viel? Fühlt sich unwohl. Wenn eine Glaserei drei Schmieden braucht, welche zweieinhalb Kohle werden gebraucht, oder so? Mach dich panisch. Warte Gott. Ja, in solchen Fällen, Quaggy, schickst du dann deinen save einfach weiter an den Stormy oder an die Marie und die spielen das dann für dich weiter. Oh! Spiele umsonst, die... Uff, das ist ja noch richtig... Ja, noch richtig uralte. Boah. Aber da gab es dann auch ein neueres Spiel davon, oder? Da gab es auch irgendeine neuere Variante von Kaiser, ne? Also ich meine das doch zumindest auch irgendwo mal ein 3D gesehen zu haben, oder stelle ich mir da gerade das falsche Spiel vor. Vielleicht denke ich gerade an das falsche Spiel. Vielleicht denke ich gerade an irgendeinen Total War. Äh, Total War. Ähm... Okay, what would you like to print? What would you like to print? I don't know, that's why I asked you! I mean, it's more than just a business decision, right? It's, well, a choice. A first step. It's not like my whole career will depend on one book. But I'll always think back on it. Remember, when you finally got your own printing press, Lindsay? What was your first printing again? What was your first printing again? And I don't want to be ashamed for my answer. Uhm... Do something beautiful? A book you wouldn't be ashamed to have your teacher read. Just start with cheap fiction. Uh, something beautiful. Lindsay smiles at you warmly. It was, uh... It was teacher who showed me the beauty hidden in books. I think the best way to repay that kindness would be to do the same for others. Maybe that's really the main calling of a bard. Are you looking to waste paper? Well, if Mara lets you, it is your right. Still, you had best to print something useful for the citizenry. Not just something pleasant to a handful of intellectuals. Let's get to it. I'll send four horses and get this delivery the rest of the way to the capital. Free building printing house. Ah, free building. I like the sound of that. Uh... I'm writing this as I stand in the printing house, right next to the new press. Its levers and gears glisten, uh, impatiently. Paper, ink, lead, letters. Everything's waiting for the moment when it can roar in joy. Giving birth to its first book. The first, but far from the last. It's huge. Like a siege engine. But so much more powerful. The power I now hold in my hands. The power of the printed word makes me think on my responsibility. What will I say to my readers? What do I have, uh, that they need to hear? My head spins with all these thoughts. I'll think more on that later. For now, I must begin my work. Do my press actually roll? Listen once it starts and edit later. Oh, Hugo! Oh, Hugo! Ich kenne das hauptsächlich noch von den ganzen TV-Sendern. Wo dann die ganzen armen Dullis angerufen haben. Und, äh, versucht haben mit ihrem Telefon über den Fernseher das Geschehen verfolgend irgendwie diesen verdammten Kobold da sicher ans Ziel zu bringen. Und die wenigsten haben es natürlich geschafft. So, lass mal gucken, ob wir noch mal irgendwas Neues mit der Hexe berichten können, wenn wir schon mal hier sind. Na? Wenn wir schon mal hier sind. Ach, lief erst im TV, bevor es die Spiele gab. Richtig? Jetzt... Ich? So. Äh, wir haben hier nichts Neues zu sagen. Okay. Dann können wir jetzt hier gehen. Im Grunde, wir haben jetzt fast alles erledigt. Wir haben nur noch so allgemeinen Nebenkram zu erledigen, ja? Das hier ist DLC. Das ist allgemein Verwaltung von unserem Königreich und so. Ja, dann halt hier diese Mushrooms sammeln. Ich meine... Kann man machen, ja? Kann man machen. Wir gucken uns mal kurz unseren... unseren Screen an. Und unserer Baronie. Und geben halt schon mal die Presse in Auftrag. Die ist ja auch kostenlos. FANTASY STAR Komplett auf Englisch. Äh... Was, der DDR? Hat in der Schule Russisch und wenn überhaupt wenig Englisch gelernt. Hat sich dann Englischwürdebuch hingesetzt und das Spiel Wort für Wort übersetzt quasi. Das ist super. Das lief bei mir quasi in der Schulzeit ziemlich ähnlich. Ich hatte sehr viel Englisch während der Schulzeit auch über meine Spiele gelernt, tatsächlich. Das war... Das war hilfreich. Das war ganz hilfreich. Das war ganz hilfreich, sich das alles dort zu verinnerlichen. Und die Mudbubble, die... schrumpsen da drüben. Ja, okay. Dann gehen wir dann gleich mal darüber. Also... Den Game Boy Advance Port gespielt. Das gepackt, was ihm nie gelungen war. Den Endboss besiegen. Nice. Aber früher bei den Spielen, das war auch immer so scheiße mies. Also... Die waren teilweise so schwer gemacht. Bei diesen ganzen alten RPGs, früher musstest du noch so viel grinden. So viel grinden. Du bist in den Dungeon reingekommen und hast erstmal fünf Level gegrindet, um die Trash-Mobs besiegen zu können. Und dann, um am Ende den Endboss des Dungeons besiegen zu können, hättest du nochmal fünf Level drauf packen können. Ja. Das nächste Mal haben Spiele uns doch noch was Gutes beigebracht. Wir haben weitere Punkte bekommen. Plätze zum Bauen. Wo ist denn unsere Presse? Printing House, hier. Printing Press can create literature, the speed, no scribe can match. Plus vier auf die Stabilität. While the Baroness Alignment is lawful. Plus vier Loyalty, while the Baroness care. Plus vier Community. Okay. 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 Facts Library. Two. Oh, we need. Oh, shit. Can we. Wait. Can we rotate this shit? Mouthwheel macht nichts. Rechtsklick packt es wieder weg. Okay. Also ich kann es wirklich auch nur auf den Slots hier packen. Ach, da rotiert er die Scheiße. Aber nicht hier. Wollen wir es einfach mal da hinpacken. Habe ich noch irgendwas anderes, was zwei Slots kostet? Ein Park? Das ist wieder so gerade mit adjacent. Museum. Mansion. Uff. Oh, wait. Nee. Okay. Wow. Mage tower. Holy shit. In a separate slot. Oh, okay. Mage tower. We put a mage tower there. Okay. Then we put the printing house just over here. Like this. Competence. 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 So schaut es nämlich aus, Maddi. So schaut es nämlich aus. Ja. Das verstehen die ganzen alten Leute bloß nicht. Aber es gibt dem Ganzen noch so 20 Jahre. Und die Gamer-Generationen werden die komplette Gesellschaft durchdrungen haben, bis in alle Schichten. Bis hoch ins Kanzleramt. Jawohl. Okay. Und was machen wir noch so? Ich habe ja sonst kein Geld hier noch erstmal irgendwas zu bauen. Ich will mir das erstmal sparen. Wenn wir später hier noch was bauen. Alle Schichten, alle Kuchen und Tortenschichten. Alle Kuchen und Tortenschichten durchdrungen. Und im Grunde jetzt. Genau. Wir gehen mal darüber. Mudbowl. Und versuchen dort die Mushrooms zu holen. Yes. Gucken wir mal. Und natürlich haben wir jetzt auch schon wieder was zu tun im Königreich. Was ist denn jetzt schon hier? Sind wieder ein neues Sinn? Ach. Schon wieder das True Masterpiece. Still alive with Lemon Peel. Okay. Hab niemanden, der sich darum kümmern kann. Warum leuchtet das so? Egal. So. Wir gehen jetzt hier lang. Äh. Empty Skull Rock. Wir können uns mal umschauen. Das rock resembles the skull of some bizarre creature, half buried in the ground. Two dark cave entrances gape in its surface, resembling ice sockets. Due to this circumstance or some other reason, the place has received a nasty reputation. Travellers try to avoid it. Ich glaube nicht wir. Ich speichere das mal gerade ab, weil wir gerade so gut sind hier. So gut sind? Ja. Alles gefunden haben. Okay. Mit all unseren Quests durch sind, die wir soweit haben. Ab jetzt, ab jetzt ist ja, ja, ist ja chillen angesagt. Jetzt können wir hier ganz easy durch latschen und einfach links und rechts an den Blümchen schnuppern und uns des Lebens freuen. Weil wir nichts dringendes gerade zu erledigen haben. Es kann sich schon bald wieder ändern. Es kann sich schon sehr bald wieder ändern. Wir gehen, in Berlin. So ... I know... There's … Layout of this area. ferocious trollhound okay trollhound this uh that's not that big of a deal we change to the troll reaper weapon real quick okay we have the right weapon and now we kill this thing insta kill okay but wait there's more okay let's go all right we don't need lindsay in our team anymore maybe i'm going to replace her again with octavia uh let's go morgen um acht um acht um acht ist so eine fiese zeit meine ich wünsche dir eine gute nacht träumen was schönes ruhig gut und vielleicht bis demnächst mal wieder viel erfolg noch bei der uni ich hätte morgen erst dann ab nachmittag eine veranstaltung weil sich bei zwei anderen noch was geändert hat um acht das ist so viel ich finde es so gemein wenn unis veranstaltung auf vier mal die woche um acht das ist ja also es ist ja menschen verachten das ist ja wie der lich das ist ja die sind ja immerhin nicht immun gegen feuer können wir auch burning auf machen da ist ja wirst du um fünf wie weit hast du es denn zur uni das ist ja brutal kann man schon er kann man tatsächlich der ganz der aktuellen situation da kann man tatsächlich der auch was positives abgeben also eineinhalb bis zwei stunden pro richtung das wäre das wäre für mich persönlich nicht wirklich mach ich bin nicht gut reisefähig aufgrund einer gesundheitlichen einschränkung deswegen ich könnte ich könnte das tatsächlich nicht auf mich nehmen kann sie cleeve she didn't learn cleeve no cleeve easy wenn der anschluss weg ist in zwei stunden brutal brutal und durchfahren ich meine ich meine selbst wenn man sich relativ entspannt zurücklehnen kann man nicht selber fahren muss mir persönlich sind öffentliche verkehrsmittel suchen ich meine ich bin darauf angewiesen weil ich kein auto habe aber es ist es ist leider wie es ist immerhin hast du ihn so gut immerhin das ja die viecher hier die machen kaum schaden ist eigentlich kein problem hier mit dem ist jetzt hier ein level wo die wo die mir nicht mehr wirklich gefährlich werden und 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 immer sehr hier noch ein handy ja halt irgendwie versuchen dann noch irgendwas sinnvolles mit seiner zeit anzustellen also glaube ich hätte dann die switch ausgepackt und hat dann darauf noch ein bisschen rum getan und damit darf das jetzt eigentlich hier gewesen sein also lindsey ja gut gehen sie wird jetzt den kampf nicht für uns entscheiden dafür ist nicht ganz strong genug aber jetzt ist das ja hier schon so gut wie in trockenen tüchern so jetzt haben wir hier noch einmal mit einer säure waffe zu ja gut das kann ich verstehen das wäre dann unpraktisch wenn man dann weg pennt und auf einmal ist die switch weg das kann natürlich sein ich meine die sorge wäre natürlich auch groß dass man dann einfach so sein sein haltepunkt verpasst und du dann irgendwann in keine ahnung frankreich aufwachst je nachdem wo du hinfährst das wäre lustig hätte das noch vor nicht doch halt paris hauptbahnhof naja dann gehst du halt dort mal auf dem campus die sollen sich mal nicht so anstellen du bist auch student konzerte auf studie so wir gehen mal da rein ist area seems to be easy enough das trollhounds da hier dunkelheit nachteil sieht nicht so aus gehen noch mal schön zähneputzen marie sonst kommt die zahnfee und und haut hier rein okay ich kann noch nicht angreifen in der runde ärgerlich und nein jetzt kommt er nicht an denen vorbei mach mal Platz da musst du auch Platz machen sonst kommt mein doggo nicht an dir vorbei okay legen wir mal los hier verteilen wir mal ein paar schellen sehr gut sehr gut wäre gut okay let them come easy trollhounds easy easy ha 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 ruthless any last wishes any last wishes any last wishes your life Okay. Let's go. Ah, verfehl. The arm moves. This is a massacre. Poor trollhound. I don't stand a chance. Here we go. Okay. Let's cast light very quick. On... Someone. Miri. Another cloak of resistance. Plus one. Ah, well. Okay, we're done here. Nice. We can leave this place. Another location cleared. Follow if you dare. Oh. Let's heal real quick before we leave. I mean, we're going to rest anyway soon. I don't know. Uh... What a safe thing. Sorry. I can't we leave you? Okay. Okay. Where's my back? We'll be right back. Bye. Bye. Bye.